Wir sind hier die Versuchskaninchen sozusagen, Fanta hat mich angeschrieben, meinte er und Hobby ziehen hier was geiles auf in Italien. Früher hat Hobby das M.O.B. Studio betrieben, da habe ich in dem Gebäude großen Teil meiner jungen Jahre verbracht. Auf jeden Fall arbeiten wir jetzt hier ein bisschen an dem Album und es ist verdammt nice. Herzlich Willkommen, hier sind wir im Studio Abruzzo. Das Studio Abruzzo, 200 Kilometer von Rom entfernt, an der Adria-Küste. Ein Hobby macht gerade die Olivenernte. Wir haben in dem Studio die Diamanten aus der analogen Welt. Manley, Chandler, Crane, SSL, Neve. Und das Pult habe ich von Lenny Kravitz gekauft. Wir haben hier Italien pur. Mitten in den Weinbergen der Abruzzo. Geiles Equipment, aber vor allem der Vibe ist richtig nice. Und vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass wir hier kreativ sein dürfen Tag und Nacht. Und wir kommen auf jeden Fall wieder. Also sicher auf jeden Fall. Oder so, das ist ja eins von beiden. Wir kommen wieder oder wir gehen wieder. Abruzzo! BAM! 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 Untertitelung des ZDF, 2020